Hi, schön, dass du da bist. Die Fragestellung dieses Videos lautet, wie ist das Atom nach Niels Bohr aufgebaut? Bevor wir auf das Bohr'sche Atommodell eingehen, werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf das Atommodell von Rutherford. Nach dem Atommodell von Rutherford besteht das Atom aus einem Atomkern und einer Atomhülle. Der Atomkern ist elektrisch positiv geladen und befindet sich im Zentrum des Atoms. Der Atomkern ist im Vergleich zur Hülle sehr klein. In der Atomhülle bewegen sich die negativ geladenen Elektronen sehr schnell um den Kern herum. Das Modell nach Rutherford hatte aber noch einige Probleme. Rutherford war zum Beispiel nicht in der Lage zu erklären, wie genau sich die Elektronen um den Kern herum bewegen. Auch war unklar, warum die Elektronen nicht allmählich durch Energieverluste oder durch die Anziehung durch die positive Ladung den Kern stürzen würden. Niels Bohr entwickelte das Atommodell von Rutherford weiter, um diese und weitere Fragen zu klären. Niels Bohr entwickelte 1913 das sogenannte Schalenmodell, wofür er später auch den Nobelpreis erhielt. Nach Bohr bewegen sich die Elektronen im Gegensatz zum Rutherford-Modell auf bestimmten Bahnen kreisförmig um den Kern herum. Er nannte diese Bahn Schalen, daher der Name Schalenmodell. Er nahm sich dabei das Planetensystem als Vorbild. Die Elektronen kreisen also um den Kern wie die Planeten um die Sonne herum. Eine hinreichende Begründung, weshalb die Elektronen auf ihrer Schale bleiben und nicht dazwischen sind, konnte Bohr erstmal nicht liefern. Bohr formulierte die festen Bahnen des Elektrons daher als sein erstes Postulat. Ein Postulat ist gleichbedeutend mit »Das ist einfach so«. Er konnte mithilfe der festen Bahnen zahlreiche Experimente, unter anderem die von Balmer, erklären. Ohne die Schalen hätten Experiment und Theorie nicht zusammengepasst. Hier in der Abbildung ist das Bohr'sche Modell am Beispiel des Wasserstoffatoms abgebildet. Das Wasserstoffatom ist das kleinste Atom, das es gibt und daher noch sehr einfach aufgebaut. Im Kern befindet sich die positive Ladung. Bohr nannte dieses positive Teilchen Proton. Um das Proton kreist ein Elektron auf der ersten Schale. Man nennt diese auch K-Schale. Die Gesamtladung des Atoms ist insgesamt ausgeglichen. Das Atom ist also insgesamt neutral. Bohr konnte mit seinem Modell insbesondere das Wasserstoffatom sehr gut erklären. Zahlreiche Ergebnisse von Experimenten stimmten hiermit überein. Für andere Atome passen die Ergebnisse nicht mehr ganz so gut. Links neben dem Modell des Wasserstoffatoms siehst du einen Kasten mit Informationen zum Wasserstoffatom. Links oben im Kasten steht die sogenannte Ordnungszahl. Die Ordnungszahl zeigt an, wie viele Protonen sich im Kern befinden. Hier befindet sich ein Proton im Kern und damit ist die Ordnungszahl 1. Solange wir von Atomen reden, zeigt die Ordnungszahl gleichzeitig auch die Anzahl der Elektron an. Schließlich ist das Atom ja neutral geladen und von daher muss die Anzahl der Protonen mit den Elektronen übereinstimmen. Rechts neben der Ordnungszahl steht die Massenzahl. Die Massenzahl beträgt ebenfalls ca. 1. Die Einheit für die Masse ist hier aber nicht Kilogramm, sondern bei Atomen ist U. Die Einheit U ist eine Einheit, die man eingeführt hat, damit man sehr kleine Massen von Atomen leicht und praktisch notieren kann. Wenn man tatsächlich Kilogramm verwenden würde, so wäre der Wert so klein, dass man zunächst 26 Nullstellen hinterm Komma bräuchte. Das ist eine ganz schöne Schreibarbeit. Also einigte man sich darauf, das Gewicht des Wasserstoffatoms als ein U festzulegen. Wenn man doch einmal den Wert in Kilogramm wissen möchte, so kann man die Einheit U einfach in Kilogramm umrechnen. Schauen wir uns nun weitere Beispiele für Atome nach dem Bosch-Modell an. Betrachten wir zunächst Helium. Helium ist das weit kleinste Atom. Es besitzt zwei Elektronen und entsprechend auch zwei Protonen. Damit ist die Ordnungszahl 2. Im Kern sehen wir aber noch mehr. Weitere Kernteilchen. Die weißen Kugeln stellen sogenannte Neutronen dar. Neutronen sind neutral geladen und fast genauso schwer wie die Protonen. Was sollen nun aber diese Neutronen? Für den Anfang können wir Neutronen in ihrer Funktion als eine Art Klebstoff verstehen. Sie halten den Kern mit den Protonen zusammen. Normalerweise würden die positiven Protonen ja aufgrund gleicher Ladung sich abstoßen und damit der Kern auseinanderfliegen. Werfen wir einen weiteren Blick auf die Massenzahl in unserem Kasten. Die Massenzahl für Helium beträgt 4U. Helium ist damit viermal so schwer wie das Wasserstoffatom. Die 4U setzen sich zusammen aus den Massen der Neutronen und der Protonen. Das heißt also, ein Kernteilchen wiegt ja 1U. Wir haben vier Kernteilchen. Damit ergibt sich 4 mal 1, also 4U. Die Masse der Elektronen kann insgesamt vernachlässigt werden. Bei Lithium sehen wir nun ein drittes Elektron und ein drittes Proton. Die Ordnungszahl beträgt entsprechend 3. Außerdem sehen wir vier Neutronen, die als weiterer Klebstoff dienen. Die Massenzahl beträgt aufgrund der sieben Kernteilchen ca. 7U. Neu erkennen wir, dass das dritte Elektron sich auf einer anderen Schale befindet. Nach Bohr können sich auf der innersten Schale der K-Schale nur maximal zwei Elektronen aufhalten. Wenn es mehr als zwei Elektronen gibt, gibt es eine zweite Schale, auf der Elektronen Platz finden können. Diese zweite Schale wird auch L-Schale genannt. Die L-Schale wird für die nächstgrößeren Atome immer weiter mit Elektronen aufgefüllt. Entsprechend erhöht sich auch die Anzahl der Protonen und Neutronen. Bei Neon siehst du nun zum Beispiel, dass die L-Schale acht Elektronen fasst. Mehr kann die L-Schale tatsächlich auch gar nicht aufnehmen. Mit den zwei Elektronen auf der K-Schale hat Neon also insgesamt zehn Elektronen. Die Ordnungszahl ist entsprechend auch zehn. Um übersichtlich zu bleiben, habe ich die Neutronen in diesem Bild weggelassen und die Anzahl der Protonen einfach mit 10 plus notiert. Dies ist in Physik- und Chemiebüchern aber auch durchaus üblich. Um herauszubekommen, wie viele Neutronen im Kern sind, kannst du einfach die Massenzahl, nämlich 20 minus die Ordnungszahl 10 rechnen, also 20 minus 10. Sprich, es gibt zehn Neutronen. Schauen wir uns noch einmal das nächstgrößere Atom an. Wie gesagt, die L-Schale ist nun voll und weitere Elektronen werden auf der dritten Schale, der M-Schale, aufgenommen. Das nächstgrößere Atom heißt Natrium und hat die Ordnungszahl 11. 11 Elektronen und 11 Protonen. Die Massenzahl beträgt rund 23. Wir rechnen also wieder die Massenzahl, in diesem Fall 23 minus die Ordnungszahl 11 und erhalten 12. Damit müssen hier 12 Neutronen im Kern vorliegen. Die Anzahl von Neutronen und Protonen ist offensichtlich also nicht immer gleich. Gerade bei immer größeren Atomen nimmt die Anzahl der Neutronen im Vergleich zu dem Protonen deutlich zu. Schließlich braucht es immer mehr Klebstoff, um die Protonen zusammenzuhalten. So, es gibt natürlich noch viele weitere Atome, aber ich hoffe, die Idee von dem Aufbau des Atoms ist klar geworden. An dieser Stelle ist noch wichtig zu wissen, dass es nach Bohr bis zu sieben Schalen geben kann. Bezeichnet hat er diese von K bis Q. Wir haben gesehen, dass die erste Schale, die K-Schale, maximal zwei Elektronen fasst. Die L-Schale fasst maximal acht Elektronen, sowie die M-Schale bis hierhin erstmal auch acht Elektronen. Wie es danach weitergeht, erfährst du im Video zu den Nebengruppen. Ab der M-Schale wird es nämlich etwas komplexer und ist meist erst ab der Oberstufe relevant. Okay, wir haben nun insgesamt fünf Atome im Sinne des Schalmodells kennengelernt. Alle weiteren findest du im sogenannten Periodensystem der Elemente. Das Periodensystem findet sich in fast jedem Physik- oder Chemiebuch auf der letzten Seite. Hier siehst du alle Elemente mit ihren Informationen zur Ordnungszahl und Massenzahl. Ich habe dir hier die besprochenen Atome einmal markiert. Soweit so gut. Wenn du nun alles verstanden hast, dann kannst du den Aufbau eines Atoms nach dem Borschen-Modell beschreiben. Wenn du noch unsicher sein solltest, dann könntest du das Video erneut schauen, Übungsaufgaben machen oder jemanden fragen, der dir helfen kann. Im nächsten Video erfährst du genaueres zum Periodensystem, insbesondere wie es mit dem Borschen-Atom-Modell zusammenhängt.